Hallo und herzlich Willkommen, wir sind immer noch auf dem Kobalt Plateau, dieses Mal die Runde 11. Sieht sich irgendwie hin, wir müssen noch, ja es sieht zwar aus, als ob wir doch noch 2, 3, oder ja, nur noch mal einen Kampfraum hätten, wo wir, ähm, ja noch nicht als den Zwischengegner zugeschrieben von der Mantella treffen. Gut, und unsere beiden Fackelmänner haben wir wieder hier. Okay, er passt sich hoch, da andere nicht. Wenn ich mich nicht fangen. Feuerschaden. Okay economisch, aber natürlich will ich ja noch nicht immerlairt. Ja, also hier kannst du dich schweigchen. Es ist eine gewisse Waffe, finde ich, die jungen auf den Bezug auf den Weg. Die Pfeil davon ist nicht und ist nicht wirklich geil, was ich zu tun. Ich bin ja schon wieder einig. Ich bin ja schon wieder einig. Also wieder ein bisschen, weil ich. Ich bin ja schon wieder einig. Ja!!! Ich bin ja schon wieder einig. Nächste Runde haben Chili und ich übermöge. Ich glaube, ich werde zum anderen damit wir einfach den Schaden so ein bisschen aufschauen. Ich glaube, ich werde den Schaden so ein bisschen aufschauen. Und wir sehen uns morgen zum nächsten Mal, wenn wir dann wahrscheinlich wieder auf den Naja, wir sehen uns bestimmt, bis gleich.